GESA 1640 So heißt das neue Kombigerät zum Vertikutieren, Lüften und Auffangen des Vertikutiergutes aus dem Hause Einhell. Das Gerät besitzt eine praktische zentrale Höhenverstellung mit vielfacher Verstellmöglichkeit plus einer Parkposition. Der Neigungswinkel des Führungsholms kann durch die vorhandenen Schnellspannhebel jederzeit individuell an die Körpergröße angepasst werden. Damit das Gerät kompakt verstaut werden kann, ist der Führungsholm an mehreren Positionen einfach zusammenzuklappen. Durch den mitgelieferten Imbusschlüssel, der am Führungsholm fixiert ist, kann das Gerät problemlos zwischen Vertikutierer und Lüfter umgebaut werden. Weitere Informationen zum Thema Vertikutieren finden Sie in unseren Blogbeiträgen auf einhell.de. Weitere Informationen Wiritere Informationen